Bhagavad Gita, Vers 2.17 Wisse, das, was den gesamten Körper durchdrängt, ist unzerstörbar. Niemens kann die unvergängliche Seele töten. Erklärung Dieser Vers erklärt noch deutlicher das wirkliche Wesen der Seele, das über den gesamten Körper verbreitet ist. Jeder kann verstehen, was über den gesamten Körper verbreitet ist. Es ist Bewusstsein. Jeder ist sich der Schmerzen und Freuden bewusst, die entweder in einem Teil des Körpers oder im gesamten Körper empfunden werden. Diese Verbreitung des Bewusstseins beschränkt sich jedoch auf den eigenen Körper. Die Schmerzen und Freuden des einen Körpers sind dem anderen unbekannt. Daher ist jeder einzelne Körper die Verkörperung einer individuellen Seele. Und das Symptom für die Anwesenheit der Seele wird als individuelles Bewusstsein erfahren. Aus den vedischen Schriften erfahren wir, dass die Seele so groß wie der zehntausendste Teil einer Haarspitze ist. Die Svetasvatara Upanishad bestätigt dies wie folgt. Wenn eine Haarspitze in hundertsteile und jedes dieser Teil in weitere hundertteile zerlegt wird, dann entspricht eines dieser Teile der Größe der Seele. Svetasvatara Upanishad 5.9 Im Bhagavatam wird diese Tatsache in ähnlicher Weise erklärt. Es gibt unzählige winzig kleine spirituelle Atome und jedes von ihnen ist so groß wie der zehntausendste Teil einer Haarspitze. Daher ist die individuelle Seele ein spirituelles Atom, das kleiner ist als die materiellen Atome. Es gibt eine unbegrenzte Anzahl solcher Atome. Dieser winzige kleine spirituelle Funke ist das grundlegende Prinzip des materiellen Körpers. Und wie es sich der Einfluss eines Medikaments im gesamten Körper zeigt, so ist der Einfluss eines solchen spirituellen Funkens über den ganzen Körper verbreitet. Diese Ausbreitung der Seele wird überall im Körper als Bewusstsein wahrgenommen. Und das ist der Beweis für die Gegenwart der Seele. Jeder Laie kann verstehen, dass ein Körper ohne Bewusstsein ein toter Körper ist und dass dieses Bewusstsein im Körper durch keine materiellen Bemühungen wiederbelebt werden kann. Bewusstsein hat daher seinen Ursprung nicht in einer Verbindung materieller Elemente, sondern geht von der Seele aus. In der Mundaka Upanishad wird das Ausmaß der winzigen Seele weiterhin erklärt. Die Seele ist winzig klein und kann nur durch vollkommene Intelligenz wahrgenommen werden. Diese winzig kleine Seele schwebt in fünf verschiedenen Luftarten Prana, Apana, Jana, Samana und Udana innerhalb des Herzens und verbreitet ihren Einfluss über den gesamten Körper des verkörperten Lebewesens. Wenn die Seele von der Verschmutzung durch die fünf verschiedenen Arten materieller Luft gereinigt ist, entfaltet sich ihr spiritueller Einfluss. Mundaka Upanishad 3.1.9 Das Hatha-Yoga-System ist dazu gedacht, die fünf Luftarten, die die reine Seele umkreisen, durch verschiedene Sitzstellungen zu kontrollieren. Das Ziel ist nicht materieller Gewinn, sondern die Befreiung der winzigen Seele aus der Verstrickung in der materiellen Atmosphäre. Die Beschaffenheit der winzigen Seele wird in allen vedischen Schriften beschrieben und jeder geistig gesunde Mensch kann ihr Vorhandensein tatsächlich in seinem Leben erfahren. Nur ein Verrückter kann glauben, dass diese winzig kleine Seele das alldurchdringende Vishnu-Tattva ist. Der Einfluss der winzigen Seele kann vollständig über einen einzelnen Körper verbreitet werden. Nach der Aussage der Mundaka Upanishad befindet sich eine solche winzige Seele im Herzen jedes Lebewesens. Und da die Größe der unvorstellbar kleinen Seele jenseits der Reichweite der materiellen Wissenschaft liegt, behaupten einige verblendete Wissenschaftler, dass es keine Seele gäbe. Es besteht kein Zweifel darüber, dass die individuelle winzige Seele zusammen mit der Überseele im Herzen weilt und dass daher alle Energien, die zur Bewegung des Körpers benötigt werden, aus diesem Teil des Körpers kommen. Die roten Blutkörperchen, die den Sauerstoff aus der Lunge entnehmen, erhalten ihre Energie von der Seele. Wenn die Seele den Körper verlässt, kommen die Aktivitäten des Blutes und die energieerzeugenden Verbrennungsvorgänge zum Stillstand. Die medizinische Wissenschaft akzeptiert zwar die Bedeutung der roten Blutkörperchen, aber sie kann nicht herausfinden, dass die Quelle der Energie die Seele ist. Auf der anderen Seite aber gibt die medizinische Wissenschaft zu, dass das Herz das Zentrum aller Energien des Körpers ist. Diese winzig kleinen Bestandteile des spirituellen Ganzen werden mit den Molekülen des Sonnenscheins verglichen. Im Sonnenschein gibt es unzählige strahlende Moleküle. In ähnlicher Weise sind auch die fragmentarischen Teile des Herrn winzige Funken in den Strahlen des Höchsten, die Brabara, höhere Energie, genannt werden. Weder das vedische Wissen noch die moderne Wissenschaft verleugnen die Existenz der spirituellen Seele im Körper und die Wissenschaft von der Seele wird ausführlich vom höchsten persönlichen Gott selbst in der Bhagavad Gita erklärt. Und das ist eine große英rende Art. Und das ist ein wenig. Das ist eine große Historie des Mophés und den Menschen, Die Barbarkeit hat die Medizin anyei. Und das ist ein wenig. Und das ist, die Bedürfältigung für die Beauty Вот. Und das ist ein wenig. Vielen Dank.